Das Aquarium Berlin besteht seit 1913. Nach fast völliger Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, dem Wiederaufbau und späteren Sanierung, ist es heute eine der artenreichsten Einrichtungen dieser Art weltweit. Neben Meeres- und Süßwasserbewohnern werden auch Amphibien, Reptilien und Insekten gezeigt. Das Haus liegt auf dem Gelände des Zoologischen Gartens, es kann jedoch auch separat besucht werden. Das Haus liegt auf dem Gelände des Zoologischen Gartens. Und jetzt habe ich den Zoologische Gartens. Der hat mir so richtig, ich habe mir jetzt eine Silber richtig. Papa, ich darf durch das Handy weglaufen. Oh. Schau, da ist sonst nicht sogar einer. Da ist sonst nicht sogar einer. Der kommt da fit angeflogen. Der sieht aus wie ein Delfin. Der kommt so, muss ich noch nicht passen. Wie haben Sie es? Nach unten? Da oben? Da oben? Hier finde ich nicht gut. Ich arbeite nicht. Na, wenn es schon läuft. Ich glaube, es ist eine Dünne. Oh, nicht so schön. Ich glaube, diese Fische hatte doch einen in der Hand. Das ist ja nicht. Here you go. Here you go. Here you go. Here you go. Hier are die ZEIN. Here you. Here you go. Hello ... Here you go. Untertitelung des ZDF, 2020